Ach egal, kreuzen wir die Strahlen. Fuck. Das ist voll dick bei mir. Gut, ich lasse mich unten stehen, was ungünstig ist. Applaus, Applaus, Applaus. Die ganze Arbeit hat der König gemacht. Genau. Der ist bestimmt derselbe König wie aus Dragon Quest Monsters. Garantiert. Der war auch immer so gut auf. Ja. Krieg! Wow, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir da so schnell durchkommen bisher. Tja, wir haben halt doch irgendwie skills. Wir haben jetzt die ersten vier Kapitel innerhalb von einer Stunde zurückgelegt, also. Kapitel 5. Irgendwas schlägt zurück. Hab ihn drüber scheinlich. Im Seifers Imperium. Ja, im Seifers Imperium. Ja, im Seifers Imperium. Ja, im Seifers Imperium. Ja, im Seifers Imperium. Finde ich gut, dass du das immer sagst. Finde ich gut, dass du das immer sagst. Dass du unsere Würstchen gefunden hast. Ja. Würstchenfeinderin. Ja. 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 Bin ich mal gespannt, wer von euch schneller ist, den Typ darunter zu shopsen. Nieder mit den Orks und Überhexenmeistern. Überhexenmeistern und Unterhexenmeistern mit dem? Ach, die sind auch nicht viel besser. Alles, was Hexe im Namen hat, muss sterben. Hexenschuss auch? Ja. Heute braucht ihr ein bisschen Feuer. Jetzt ist es ihnen ganz warm ums Herz. Ich bin so langsam. Wow. Das er immer das Spiel entschleunigen muss. Ja. Ja, den Kahn, den werden wir schon erledigen. Den Oliver. Nee, den nicht. Den nicht? Den brauchen wir noch später. Den P. Was macht ihr mit den armen Leuten? Das hast du gerade. Ich habe ihn geheilt. Du ist er. Ganz, ganz böse. Wir müssen ja auch Gott oder gar nicht 50 mal schießen. Bei mir trifft gar keiner, aber okay. Bei mir auch nicht. Ups. So, erstmal den Checkpoint aktivieren. Nicht, dass wir gleich sterben. Hier drüben ist bestimmt auch ein Buch. Zeitzerrung. 3 Was macht ihr denn? Man muss nein. Kein Kommentar. Ne, das kommentiere ich nicht. Was war das denn? Tor? Was war das, das war das? Wieso ist denn ... ich bin verwirrt Weil Steuerung ist umgedreht und meines ... Die Belze sind nicht da, wo sie sein sollen. Jetzt geht's wieder. Du bist ja ein behinderter Typ. Wieso? Oh. Wow. Da unten. Ich bin schon wieder verwirrt. Ich will ja nichts sagen, aber das gefällt mir nicht. Erki brennt. Nee. Erki hat aber gebrennt. Erki hat nicht gebrennt. Gebrennt, ja. Neue deutsche Rechtschreibung. Gebrennt. Warte mal, ist das das? Und ich kann's wieder aufheben. Wow. Kannst du mal aufhören? Was denn? Mal auf, finde ich nicht. Finde ich nicht. So, wir gehen mal abseits des Weges, weil das haben wir bei The Path gelernt, dass man das tun sollte. Aber ich will nicht mit dem Wolf hinterher. Ah, Gottes Willen. Natürlich. Tut mir geht nicht. Ich bin auch euer Feind. Oh. So, hatte ich mir nichts gesagt. AUF! Autsch, wieso krieg ich 10.000 Schaden? Das ist voll uncool Achso, da ist noch einer Ach, der kann ruhig da bleiben Ja, wir ignorieren ihn einfach Er hat nicht mal ein Armenschild Oh, hier ist nichts Hey Jungs Ja Donnerkeile Oh ja Ist einfach der beste Spell in-game Und der tödlichste Donnerkeile QF, A, S, A Was auch andere Leute töten kann Ja, das ist mir auch gar nicht aufgefallen Achso Au Vor allem macht das bei mir irgendwie besonders Schaden, weil ich ja eine Metallrüstung hab Ja, geil Was machst du, Yaki? Wieso ich? Ich tötte die Leute und dann tötest du mich Oh, da kann man sich die Sense nehmen Nein, nein, oh Leute, doppelgedonnerkalt Vor allem gegen die Leute, die sind fast wanted damit OUGH 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 Du weißt schon, dass der Donnerkeile die kleinen Dinger nicht anvisieren kann Achso, nee Die sind zu klein Glaube ich, wo ist der Maros, Moment Nee, siehste, passt doch Hast aber Glück gehabt Siehste Aber für die kleinen lohnt der fast gar nicht Hier ist noch ein Elch Ich glaube, du stehst nur im Weg Achso, ich stehe im Weg Ich auch Achso, geht nach der Sauber Ah, nicht bemerkt Ich dachte, es wäre einer von euch, der sich Silber gemacht hat Wow Wo ist der? Genauso tot wie ich Weil wir uns aus Stahlen gekreuzt haben Nee Der ist ein anderer Oh Mann Äh, Erki? Ja, ich habe alles im Griff hier Wie viele Waffen von uns hier schon rumliegen Das ist immer noch nicht so Hey, halt ein verdammt viel Auuuch Jetzt ist er aber zu Ich hätte vielleicht nicht eine Klasse nehmen sollen, die sich nicht heilen lassen kann Ja Ein bisschen suboptimal Yay, Kontrollpunkt Wow Wow, slide Nein Wow Was war das? Ich brauche Hilfe Erki, komm her Äh, okay, okay Ich brauche Hilfe Ja Ey Schade, ich dachte, ich kann dich über dem Wasser wiederbeleben Ach, gescheiße Sehr gut Hast jemand ertrunken? Wow Wir haben das Loch da gemacht Ich Hemde Oh Oh Schade Aua da wo sich der geht vorsicht unter dir ja ich sehe schon wo mich bei dir ganz viel nein nein weh den satz ich muss sagen dass das teamplay gerade drastisch abgenommen hat aufgrund dieses zugefrorenen sees wir haben es geschafft teamplay nimmt wieder an zu whatever irgendjemand fehlt ja ich weiß auch nicht warum hey werde ich hier angeschossen wegen nix aua stell dir mal ans auge hier aha ich betätige den nebel und gucke was passiert überraschung yay boah was für ein dreister angriff aua ich bin die teile nochmal ab ich mag das nicht hilfe der große ist erledigt wenn ich wüsste wo ich bin mitten in der mitte mitten in der mitte wow die wotten die mich ja alle musst du aufpassen läufst läuft doch super ja ist da was bestimmt er geht runter und wir runter ich glaub nicht ich bin auch so der meinung dass runter immer ein abstieg ist ja wenn man runter geht kann man nicht aufsteigen genau au oh ich hab das helf noch begangen feuer